Nächster Starter auf der Piste mit seinem Konzern Lukas. Nächster Starter will be Konzern Lukas wieder. Er nimmt 8 Hundertstel mit auf den derzeit fühlten Schöpfeil. In der Zwischenzeit läuft uns wieder Zeit. Wenn man auf Brüders Licht fast nicht so lang sieht, dann wird es immer noch Vorfunk aus seinem Teamkollege. Kein Teamkollege, aber trotzdem. Wurscht, ab und auf die Zeit ist super. Zwölfhundertstel Vorfunk jetzt gerade. Sekund Intermediate Time. Einfahrt, Zielhang. Die letzten Meter für Lukas. Hopp, hopp, hopp. Feuern wir ihn nochmal an. Die letzten zwei Schwünge und er ist im Ziel. Und... Vierhundertstel, es geht sich knapp. Lukas Kongsholm auf Platz zwei. Second Place Lukas Kongsholm. Das sind 5. Einfahrtslohn. 20,000 Franken. Das ist ein paar Pfeil. Lachen. Fynnland, als er aktuell vor Schwestern...